Analysieren, Vergleichen, Interpretieren. Bei der Rekonstruktion gilt es, die Intention des Schriftkünstlers nachzuvollziehen. Die verschiedenen Formen innerhalb des Schriftbildes müssen analysiert werden, die besten Seiten entdecken, einen möglichst kompletten Zeichenvorrat zusammenstellen. Mit besonderer Sorgfalt widmet man sich dem Entwurf der Einzelzeichen. In der Vergrößerung treten unsaubere Konturen, bedingt durch den Originaldruck auf handgeschöpften Büttenpapier, noch deutlicher hervor. Die ersten Testbuchstaben werden skizziert. Aus diesen wird das Erscheinungsbild der Schriftfeiter entwickelt. Neben der formalen Abstimmung der Einzelzeichen ist eine subtile Bestimmung der Zeichenabstände erforderlich. Die Bestimmung der Detailproportionen erfolgt in Abhängigkeit von den gegebenen technischen Voraussetzungen. Wir werden das überprüfen müssen. Zu den Proportionen. Wir werden die Unterlänge um zwei Millimeter kürzen müssen. Der Überhang beim G wird etwas gekürzt. Ein komplett durchskizziertes Alphabet und Figurenverzeichnis, bei dem die vorgefundenen Zeichen des Handschnitts möglichst originalgetreu rekonstruiert werden, fehlende Zeichen in glaubhafter Form nachempfunden und angeglichen werden, bilden das Artwork. Computergestütztes Schriftdesign ist mehr als ein schematisch-mathematisches Verfahren. Bei der Digitalisierung ist die individuelle Linienführung der Schrift umzusetzen. Es kommt darauf an, die Bewegung und den jeder Schrift eigenen Rhythmus zu erhalten. Die Übernahme der Entwürfe in das Programm schafft die Voraussetzung für einen rationellen Gestaltungsablauf und fördert den nachfolgenden Prozess der Optimierung. Ist die Skizze eingegeben, kann sie anhand der digitalen Daten nahezu beliebig verändert werden. Ohne den Buchstaben jeweils neu zeichnen zu müssen, bestimmt der Type-Designer die verbindliche Form. Ausschnittvergrößerungen ermöglichen die Arbeit am Detail, zeigen jede Bewegung auf. Jede von Berthold gestaltete oder übernommene Schrift wird diesem Prozess unterworfen. Ein Aufwand, der den hohen Standard sichert, aber große Kapazitäten erfordert. Die Präzision der Gestaltung findet im Schnitt ihre adäquate Fortsetzung. Mit höchster Genauigkeit werden die Konturen originaltreu geschnitten. So könnte die alte Bodoni in neuem Gewand nach der Vorstellung des Type-Designers aussehen. Der künstlerische Leiter ist mit dieser Fassung noch nicht zufrieden. Wenn man ansehen, dann geht es nicht so stark nach innen, sondern ein wenig kühler, verhaltener, schräg nach außen und nicht so nach innen gewölbt. Das war das meint. So geschwommen. Das ist jetzt zu sehr gekurvt. Schriftgestaltung bei Berthold ist visuelles Marathon. Kompromissloses Trimmen auf höchste Originaltreue bedeutet, die Entwürfe einzelner Buchstaben werden verworfen. Hier beginnt die manuelle Gestaltung von vorne. Detailkorrekturen werden am Bildschirm direkt vorgenommen. Ein Rationalisierungseffekt der Elektronik. Das Ergebnis wird immer wieder geduldig infrage gestellt, oft in sechs bis sieben Korrekturstufen verbessert und somit schließlich in ein Stadium optimaler ästhetischer Zufriedenheit gebracht. Auch beim Ausbau der Schriftgarnitur zur Schriftfamilie rationalisiert die Elektronik den Arbeitsablauf. Ein besonderes Interpolationsverfahren erlaubt die Bestimmung der weiteren Fettenstufen aus einer nahezu beliebig differenzierten Staffelung. Über die ästhetisch sinnvollen Fettenstufen entscheidet dann der Type-Designer. Schließlich liefert das Programm den Input für das Endprodukt. Die endgültigen Schriftparameter werden unmittelbar auf den Datenträger übernommen. Die Verarbeitung des immer gleichen Artworks für jeden Schriftträger garantiert Schriftidentität im Endprodukt bei allen verwendeten Belichtungstechniken. Die Berthold-eigenen Qualitätskriterien zeigen sich im Know-how beim Entwurf neuer Schriften wie bei der Übersetzung und Integration vorhandener und lizenzierter Schriften. Ausgewogene Schriften in subtiler Bearbeitung spiegeln die Designqualität, garantieren in Verbindung mit der hochwertigen Berthold-Satz- und Belichtungstechnik höchste Wiedergabequalität. Bertholds Type-Design, das steht jetzt und in Zukunft für neue Schriftschöpfungen, Kontinuität des Artworks, Vergrößerung des Angebots von hochklassigen Schriften und die verstärkte Unterstützung der Kreativen, die mit Berthold-Schriften arbeiten. Berthold-Schriften